Dieses Wort klingt mir nicht aus dem Sinn. Einige sagten, dass es auf der Welt viele Arbeitslose gibt. Andere, dass man wenig verdient. Und wieder andere, dass das Geschäft blau ist und Teuerung herrscht. Alle diese Sachen sind mir unverständlich. Ich merke nur, dass eines alle Leute nötig haben, auf ihre Schmerzen und Beschwerden ein wenig zu vergessen und sich eine gute Laune zu erhalten. Und da glaube ich mich, nutzbar machen zu können. Ich kann unterhalten und erfreuen, belehren und berichten. Aber da fällt mir ein, dass ich mich ja noch gar nicht vorgestellt habe. Ich bitte, dies in Anbetracht meiner Jugend zu entschuldigen. Na, wenigstens werden sich meine Namen gut merken. Ich bin nämlich ein neues Mitglied der großen Familie Telefunkel. Der Radioempfangsapparat Schirmgitter Duplex. Geboren im Czellow bei Pardubitzel. Neben anderen guten Eigenschaften habe ich, wie Sie sich selbst überzeugen konnten, eine gute Aussprache und eine angenehme Stimme. Die Ursache hierfür ist mein neuer autodynamischer Lautsprecher. Und teuer soll ich sein. Prüfen Sie doch selbst, wie billig ich bin. Wenn Sie mich nehmen, treten Sie in den Kampf gegen die Krise. Und dass ich auch gut singen kann, davon will ich Sie sofort überzeugen. Ich bleib auf die Leute, und ich bleib auf die Leute, und ich bleib auf das Heute, nur Grönig muss es sein. Ich bleib auf die Sorgen, und auf die, die mir sorgen. Und ich bleib auf das Heute, nur Grönig muss es sein. Ich und mein Schätzchen, wir fahren ins Grüne Haus. Ich weib ein Pätzchen, dort ist unser Glück zu Haus. Ja, ich bleib nicht aufs Küssen, denn ich kann es nicht wissen. Und ein jeder darf wissen, nur Grönig muss es sein. Ich weib nicht aufs Küssen, nur Grönig muss es sein. Ich weib nicht aufs Küssen, nur Grönig muss es sein.